Bei der NL16 ist es total unkompliziert, dass ich auch als Papa Elternzeit nehmen kann. Ich habe die Zeit mit meinem kleinen Kind natürlich total genossen. Ich finde die NL16 sehr familienfreundlich, weil ich durch die Kleidzeit einfach Beruf und Privates sehr gut vereinbaren kann. Familienfreundlichkeit wird bei NL16 wirklich gelebt. Hier nimmt jeder auf den anderen Rücksicht und das Miteinander wird hochgeschrieben. Ich finde NL16 familienfreundlich, da ich von überall aus mobil arbeiten kann und mir das gerade während der Corona-Zeit im Alltag mit Kind sehr geholfen hat. Arbeit und Familie in Einklang zu wissen, ist für mich eine Zufriedenheitsgarantie im Job. NL16 lebt die Work-Life-Balance und deshalb ist NL16 für mich ein familienfreundliches Unternehmen. Ich arbeite gerne bei NL16, weil ich nach meiner Elternzeit in Teilzeit zurückkommen konnte und die Stundenzahl so bestimmen konnte, dass sie optimal zu meiner aktuellen Familiensituation passt. Ich arbeite gerne bei NL16. 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 Ich arbeite gerne bei NL16.